Nachdenkseiten Die kritische Website Ein Tag mit Spiegel Online Die totale Meinungsmache ist möglich Von Jens Berger Wenn Sie diesen Text lesen, sind Sie wahrscheinlich ein Friedensschwurbler, vulgär Pazifist, Rechts- oder Linksnationalist, Putin-Fan, Russland-Romantiker, illiberaler Propagandaopfer, Verschwörungstheoretiker oder schlicht realitätsavers selbstbesoffen und egoistisch. So tituliert zumindest der Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo diejenigen, die sich Verhandlungen und Frieden für die Ukraine wünschen. Gut möglich, dass er noch eine persönliche Rechnung mit der Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer offen hat, deren Blatt ihm ein wenig schmeichelhaftes, aber auf den Punkt getroffenes Porträt spendiert hat. Auf Lobo ernsthaft einzugehen, wäre vergebene Liebesmüh. Er ist nicht satisfaktionsfähig und die Nachdenkseiten sind nicht Twitter. Logos peinliche Logore war jedoch nur der Höhepunkt der gestrigen Spiegel-Berichterstattung. Der Tag begann mit einem neuen Spiegel-Podcast. Juan Moreno, hatte der nicht irgendwas mit Klaas Reluzius zu tun, hat dort ein neues Format bekommen. Sein erster Gast, oh Wunder, das undiplomatische Enfant terrible André Melnick. Was der zu sagen hatte, kann ich Ihnen leider nicht berichten, aber man kennt ja Melnicks Inhalte. Waffen, Waffen, Waffendeutsche sind feige Arschlöcher und muss dafür nicht 31 Minuten seiner Lebenszeit verschwenden. Aber die Auswahl des Gesprächspartners Melnick hat beim Spiegel durchaus System. Man muss sich nur die Gesprächspartner und Stichwortgeber in den gestrigen Artikeln anschauen. Ditschko, Selinsky, ukrainische Ärzte und ukrainische Menschenrechtler. Der Ukraine-Krieg ist beim Spiegel die Bühne für Ukrainer, ihre Position einseitig darzustellen. Flankiert werden sie dabei von deutschen Stimmen, die natürlich ebenfalls sorgfältig ausgewählt sind, und sich von einem André Melnick höchstens durch ihre Kinderstube, aber nicht durch ihre Positionen unterscheiden. Man lässt Joachim Gauck zu Wort kommen, findet einen Völkerrechtler, der Wladimir Putin vor ein Sondertribunal stellen will und lässt deutsche Minister ihre Geschichte vom Beginn der russischen Invasion erzählen. Nordkoreanische Nachrichtenmagazine sind sicher regierungsferner und kritischer. Bemerkenswert war gestern einmal mehr das sehr selektive Interesse für die Linkspartei. Da wird groß über den Auftritt von Steffen Bockhahn und seine Gründe berichtet. Hat sich der Spiegel jemals über Bockhahns politische Inhalte abseits seiner Kampagnen gegen den linken Flügel seiner Partei interessiert? Da kam der Spiegel die alberne Ankündigung der Berliner Linken natürlich wie gerufen, statt auf der Kundgebung von Schwarzer und Wagenknecht lieber vor der russischen Botschaft zu demonstrieren. Und sogar die Antifa wird dabei mit dem denkwürdigen Satz Die Mobilisierung der rassistischen und querfeindlichen InitiaturInnen, Wagenknecht und Schwarzer am nächsten Samstag kann kein Standpunkt einer linken Friedensbewegung sein. Zitiert. Auch die Antifa interessiert den Spiegel freilich nur, wenn sie sich mal wieder im Sinne des Mainstreams gegen Kritiker der herrschenden Politik engagiert. Das ist alles nur noch erbärmlich. Wer glaubt, die totale Meinungsmache sei nicht möglich, sollte sich nur einen Tag lang die im Minutentakt eintrudelnden Schlagzeilen von Spiegel Online anschauen. Sie ist nicht nur möglich, sondern sie findet statt. Die einzelnen Screenshots vermitteln dazu einen Eindruck. Alle 17 Artikel sind an einem Tag erschienen und selbst sie sind nur ein Teil der unaufhörlich auf die Leser einprasselnden Meinungsmache. Zitate. Andrei Melnyk sind die Deutschen Weicheier? Der ukrainische Vize-Außenminister Andrei Melnyk ist der erste Gast bei Moreno Plus Eins. Er zeigt sich überzeugt. Berlin entscheidet zum Großteil über das Ende des Krieges. Russlands Angriffskrieg. Moskau könnte eine Million Soldaten mobilisieren. Zelensky spricht über Verluste des Gegners. Der BND bescheinigt Russland gewaltiges Potenzial zur Mobilisierung, aber keinen Willen zur Verhandlung. Die UNO mahnt zur Mäßigung im Pipeline-Streit und Belgien beobachtet verdächtiges Schiff, die jüngsten Entwicklungen. Putin war ebenso schnell wie kalt. Klitschko befürchtet neuen Angriff auf Kiew. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt sagte, Kiew als Herz der Ukraine bleibe Putins Ziel. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft zu einer verstärkten Unterstützung der Ukraine auf. Das waren die News am 22. Februar 2023. Ein Haftbefehl gegen Putin hätte eine immense symbolische Kraft. Wann wird die Bundesregierung zur Kriegspartei und wie ließe sich Wladimir Putin vor Gericht stellen? Der Völkerrechtler Klaus Kress räumt mit falschen Argumenten auf und erklärt, wie der Westen ein Sondertribunal aufstellen müsste. Stadtdemo mit Wagenknecht. Berliner Linke um Kipping wollen vor russischer Botschaft demonstrieren. Die Berliner Linken planen einen Protest vor der russischen Botschaft. Auch Senatorin Kipping will teilnehmen. Damit grenzt sich die Partei von einer Veranstaltung Sarah Wagenknechts und Alice Schwarzers ab. Schwarzer Wagenknecht und Co. Die Friedensschwurbler wollen hauptsächlich Frieden für sich selbst. Eine Kolumne von Sascha Lobo. Eine deutsche Querfront verlangt von der Ukraine, sich mit ihren Mördern und Vergewaltigern zu arrangieren. Dahinter stecken Selbstbesoffenheit und Egoismus. Das schlimmste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Ein Team um die ukrainischen Ärzte Viktor und Yuri behandelt verletzte Soldaten in der Nähe der Front. Auch russische Kämpfer landen in dem Feldlazarett. Die sind für die Ukrainer sogar nützlich. Pro-russische Konten kaufen sich offenbar Twitter-Verifikationen. Elon Musk will Nutzern, die Twitters Bezahlangebot abonnieren, zusätzliche Reichweite bieten. Laut einer Studie wird das von Accounts ausgenutzt, die Kreml-Propaganda verbreiten. Studie über Haltungen zum Ukraine-Krieg. Der Westen vereint und getrennt vom Rest. Laut einer Umfrage stehen viele Menschen im Westen hinter der Ukraine. Kiew soll den Krieg gegen Moskau gewinnen. Doch anderswo bevorzugt man ein baldiges Ende des Konflikts. Egal, ob die Ukraine Territorium aufgibt. Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Ich bin sogar relativ besorgt. Moskau hat seine militärischen Ziele weitgehend verfehlt, sagt Russland-Expertin Sabine Fischer. Das zeigen die Gefechte um Bachmut. Chinas angekündigte Friedensinitiative hält sie für bedenklich. Ex-Präsident Gauck über Olaf Scholz. Enorm wichtig, dass der Bundeskanzler kommuniziert, was seine Politik ist. Ein Rat für Olaf Scholz. Kritik an Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat sich zu Deutschlands Rolle in Europa geäußert. Unterstützung für die Ukraine sei nicht nur moralisch geboten. Zweifellos im Kontext des Ukraine-Kriegs. Belgien untersucht Durchfahrt von mutmaßlichem russischen Spionageschiff. Die Niederlande machte die Beobachtung eines russischen Schiffes in der Nähe eines Offshore-Windparks publik. Nun meldet Belgien einen ähnlichen Vorfall. Ein Minister hat bereits einen konkreten Verdacht. Ex-Abgeordneter Steffen Bockhahn verlässt Linkspartei. So wie die Partei heute ist, kann ich sie nicht mehr aushalten. Vor mehr als 27 Jahren wurde Steffen Bockhahn Parteimitglied. Jetzt reicht es dem Rostocker Sozialsenator. Die Linke schaffe es nicht, den faschistischen Diktator Putin als solchen zu benennen und zu ächten. Umstrittenes Manifest für Frieden. Ukrainischer Botschafter kritisiert Wagenknechts Friedensvorschlag. Soll der Frontverlauf in der Ukraine eingefroren werden, um Verhandlungen mit Putin zu führen? Der ukrainische Botschafter attackiert die linken Politikerin Sarah Wagenknecht für den Vorschlag. Habeck über russischen Überfall auf die Ukraine. Die Blutkonserven werden aufgetaut, die Raketenwerfer beladen, die Fahrzeuge sind markiert. Wie erlebten Mitglieder der Bundesregierung den Kriegsbeginn in der Ukraine? Wirtschaftsminister Habeck war nach eigenen Angaben bereits vorab informiert. Außenministerin Baerbock erhielt einen nächtlichen Anruf. Ende der Zitate. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.